Oh yeah, bitte. Was ist hier? So, Fische sind alle gesetzt. Sehr gut. So, was kann man jetzt hier drauf pflanzen? Weizen. Warum eigentlich mal nicht? Weizen haben wir aber irgendwie sehr selten gehabt. Ja, das kann man gut machen. Die brauchen halt wirklich. Normal brauchen die eine Stunde 15. Mit dem Sprengkler 37 Minuten. Oh geil. Das ist wirklich gut. So, was machen wir denn hier noch so? Wir brauchen eigentlich wieder Diamanten, ne? Also, Karotten. Ah, natürlich. Der Tank ist wieder leer. Natürlich. Weißt du, wie ist es? Es ist jedes Mal. Und dabei ist er schon aufgerüstet. Ja. Das kann man auch noch, wenn ich hier drei Kilometer fahren muss mit einem Traktor. Ah, 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 ah. Wollen wir mal hier? Oh ja. Willst du Eier verkaufen gehen? Ja, ich mach schnell noch das Feld hier. Ach so, ja. Und dann... Ich dachte, du wärst schnell in der Stadt. Ne, ne. Ich geh aber jetzt. Ja. So. Ah, ja. Ja, doch. Du warst das. So. Jo. Jo. Woolle, woolle, woolle. Ja, das war bei dem hier hinten. So. Okay. Ach so, hier sind Rüben fertig. Was kann man denn mal stattdessen nochmal pflanzen? Ja. Haben wir Tomaten? Die hattest du angepflanzt, ne? Die hatte ich angepflanzt, aber die brauchen wir momentan nicht. Ja, doch. Für eine Quest brauchen wir die. Ja, 130. Wir haben 243. Ach so, also anpflanzen muss man die nicht mehr. Ne, ne, ne. Also nicht mehr. Das ist... Das ist... Musik Oh, passt genau mit dem Sprit Hm, Glück gehabt Ja Nun ein bisschen So, wie sieht es hier mit den Bäumen aus? Oder was ist alles hier? Natürlich Musik 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 Blume Yes, the plum Ma Ah So, wir können ja gleich mal Das Marmeladending wieder mal vollrüsten Ja Es ist immer schön, weil er produziert hier Wir haben auch, glaube ich, alle Felder belegt, ne? Ich glaube, ja So soll es ja sein Ja Ja, das sieht doch hervorragend aus Nicht wahr? Ah, da hinten ist sowas frei Hier könnte man noch was machen Aber was? Ja, ist die gute Frage, natürlich Wir müssen uns alle stellen Ja Gelbe Zucchini Die klappt immer Die klappt immer So Die ist aber auch gleich weg Und kann nicht mehr gemacht werden Wegen Jahreszeitenwechsel Ja Burke Haben wir noch gar nicht so richtig auf dem Feld irgendwo stehen Nee, nicht wirklich Also manche Machen wir irgendwie so gar nicht Die haben wir noch gar nicht gemacht Die ist ja erst Stufe 1 Oh Ja, dann mach ich die mal Ja, wenn die neu ist, dann Gurke ist auch lecker War das lecker? Ne Gurke Achso, ja, Gurke mag ich Ja, also jetzt hätte ich aber langsam Schweißperlen auf der Stelle gehabt Im Döner Im Döner? Ja, klar Im Döner ess ich auch Tomate und Gurke reingeschnippelt Was mach ich nur mit dem Kerl, ey Aber einfach so, Gurke? Auch nicht Zu schön mit Dill und alles? Nee Ich bin mehr so, der alles an Obst gerne zu mir Ja, Obst Ja, da ist bei mir nicht alles Hatten ja auch nicht viel gehabt In den Osten, klar Bevor der blöde Spruch kommt von dir Ähm, aber Nee, also zu laut Na gut Muss er wissen Ja, weiß er Anscheinend ja nicht, aber na gut Äh, doch, doch Das weiß er ganz genau Hat er sich ganz genau überlegt, das Ganze Ne, weiß ich noch nicht Also ich glaube, das müssen wir nochmal besprechen Ja, besprechen wir das Ach, leck mich Oh Es gibt eine neue Blume Eine Purpur-Prunkwinde Oh Die sieht echt schön aus Aber alter, der Preis Was ist das? Haha, ja Oh Und wir haben ein neues Gebäude freigeschalten Brauchen wir 20 Medaillen Ja, das sehe ich gerade Ein Wienstock Ja Brauchen wir die Blumen dafür Siehst du? Das ist gut Das ist gut für den Honig Ja Und Blumen haben wir wirklich reichlich Ja Das ist richtig Also wir brauchen insgesamt 35 Medaillen Oh, nun Geht los Geht los, ja Gleich fertig hier Stunde Ich finde Ach, da müssen wir wieder alles umbauen Also nicht ganz alles umbauen Aber mir kommt gerade eine Idee Ja Die Sprenkla Benutzen wir ja eigentlich nur für diesen Kürbis Wie heißt das nochmal? Ja, Kürbis da Was ja eigentlich Quatsch ist Weil wir eh einen Tag warten Ja eben Oder halt mal zwei Tage Je nachdem Mal zwei, ja Ja Und da braucht ja eh einen Tag irgendwas Da kann da ja in Ruhe Auf einem trockenen Feld In Anführungszeichen Gedeihen Das kann er ja Wir hätten Die Sprenkla Dafür nutzen müssen Für die Quests Wenn da zum Beispiel dran steht Ja, Tomaten Alles klar Tomaten da Nur auf diesen Feldern Oder halt Was auch immer Verstehen Sie Ja Deswegen bin ich schon fast dafür Dass wenn Das Feld hier Also dieses Wo die Kartoffeln hier drauf sind Und alles Wenn das so ein bisschen leer ist Dass wir dann die ganzen Kürbisse nehmen Und dann hier rüber verfrachten Dann ist halt Das können wir machen Sprenklau frei Und da können wir dann diese Quests Also das Sprenklau nur für die Questaufgaben da sind Ja Ja okay Das können wir so machen Ja Weil ich glaube dadurch Haben wir einen schnelleren Fortschritt Was die Quests angeht Und halt Medaillen Weil wir brauchen halt wirklich noch Unmengen Ich kann ja schon mal ein bisschen was anfangen Fuck So Wir brauchen Geld Ach was hast du denn gemacht Hä wir haben noch Wo ist das Geld denn Ja Es gab da so einen Baum Der neue war Und ich dachte mir Ich pack mal den davon hin Neun Bäume brauche ich noch Der mit der Quadrat voll ist Neun Bäume Um genau zu sein Neun mal 5740 Gold Das ist Lass mich lügen 200.000 Keine Achtung Was Das ist Nein Was dann jetzt nicht verstanden Tamiro Ich habe gerade meine 16 Likes eingetauscht Für 200.000 Achso Das habe ich jetzt erst gesehen Ja Ach du wärst dumm Aber Ne Ist ja wirklich so Was Warte mal Hä Ganz kurz vor mir gewesen Ich dachte erst Du wärst dumm Und dann habe ich gemerkt Ich habe recht Hm Und der Dumme sagt dann noch Siehst du Siehst du Alter Fast 50.000 Für ein Neuner Feld Von den Bäumen Alter Krass Aber ist fertig Die sind gesetzt Ja ist schön Sehr gut Ja Damit wäre wieder fast alles voll Gesäht Gesäht Also wenn das so weiter geht Hänge ich mir bald so ein Tanga An den Traktor Das wäre geil Wenn man das noch machen könnte Aber das ist dann vielleicht wieder ein bisschen zu Zu speziell vielleicht Ich habe es nie probiert Ne ich dachte schon Oh Gott Ja man muss es doch mal probieren Es kann ja ein Feature sein Weiß man ja nicht Das stimmt Was ist denn hier abgeendet worden Äh ich habe die hier rüber gepflanzt Hier Achso Die kommen hier rüber dann Alle Damit dann gesprengt Wie gesagt frei sind Für Die jeweiligen Quests halt Ja Ja das ist gut Sehr gut Sehr gut Wo ich sehe Ich Ja die ganzen Quests Sind eigentlich Fertig Aber noch nicht fertig Weil die Schweine kommen nicht aus dem Arsch Melonen auch nicht Schweine kommen auch nicht aus dem Arsch Ja Ich kenne mich da so nicht Mit der Anatomie aus Obwohl Wenn ich So manche Tierhaltung halt Äh Sehe Dann Ja nun Das ist dann doch Ja ja Ach ihr seid die Kornbar Ihr seid die Achso ihr seid das Ja gut So und dieser Vorderdruck Und da wird auch irgendwie nichts draus Nö Weiß auch nicht was das jetzt irgendwie Ja es ist Selbes Zeitlimit Ja Ich hau den wieder weg Ja mach mal Gibt zwei Medaillen Warum nicht Ja Ist wieder ein Sprengler mehr Theoretisch Wir müssen aber sparen Ja stimmt Oder wir bauen halt mehr Sprengler Dadurch Haben wir ja im Grunde Schnellere Produktionszeit Das stimmt ja Hm Aber ich glaube das ist ganz gut so wie es jetzt ist Die Sprengler sind ja recht breit vertreten hier Ja ja also die gehen bis Bis hier hin halt Also gut hier fehlt noch die Reihe so ein bisschen Aber sonst Das ist schon Ordentlich Ja Ich denke mal für Quests Ist das ein ordentliches Feld erstmal Das passt G Ach guck mal Der rote Mais Eine Minute Ja bitte Äh mach ich mich schon mal ein bisschen bereit hier Ja Ach ja Das sind die Shirtfische Aha Das ist ein blauer Kugelfisch Madame Puff Ja wirklich Natürlich Hygp No 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 Vielen Dank.